So, und wir sind wieder zurück. Du bist dritter Alexi, das ist genau der Nachfrage von Maxim, das hatten wir ja schon. Gehen wir nach Hause. Ich mach dir Zimt-Tee. Das hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Zimt-Tee. Ein Rezept von dir, das sogar gut schmeckt. Pah! Unsere Gäste würdigen meine Arbeit wenigstens. Charmant. Hm. Aber verwendest du nicht... Was? Gewürze, die den Geschmack verändern, von denen gesagt wird, dass sie vom Lüdenzauberer stammen. Tue ich nicht. Wenn du so denkst, kriegst du halt keinen Tee. Ach, Lufia, ich mach doch nur Spaß, okay? Lass uns Tee trinken gehen. Und was hältst du von etwas Zimtkuchen? Irgendwie sind die beiden ziemlich zimtgeil. Dein Zimtkuchen ist der beste der Welt. Gut. Wenn du so lieb bist, muss ich dir wohl einen Zimtkuchen backen. Roman, ich brauche den Ofen. Lufia, du backst? Was ist mit dir los? Zimtkuchen. Viel Zimtkuchen. Ihr werdet ihn lieben. Was ist denn mit Lufia passiert? Ich sag dir nur, jetzt Zimtkuchen sei der beste der Welt. Verstehe. Tja, für mich hat sie noch nie einen Kuchen gebacken. Was? Sie schuldet dir so viel. Zumindest einen Kuchen könnte sie dir machen. Ach nein, ich bin doch nur ein einfacher Hotelbesitzer. Ich denke nur neun Jahre zurück. Schon neun Jahre ist das her. Schon gehört? Angeblich attackierten Monster, das Königreich Sheeran. Wenn das wahr ist, sollten sich die Ritter drum kümmern, oder nicht? Das Königreich Sheeran ließe die Ritter Alekias nie ein. Zudem sind die Ritter alle zu faul. Ist das nicht so? Ja, ja. So ist es. Ja. Tschüss, Safel. Hallo, Lufia. Safel, der Tee ist fertig. Und der Kuchen bald auch. Äh, ja. Safel, wo bist du? Meinst du den Mann, der gerade ging? Wie? Das werde ich ihm nie vergeben. Dieser Safel. Ja. Monster in Sheeran? Unmöglich. Hey, wir können uns bewegen. Cool. Lass mich durch. Moment. Jetzt können wir uns erstmal umgucken. Das hier scheint ne Art... Ja, Item... Nicht Item... Naja. Wir verkaufen hier Waren. Was? Stopp. Kaufen. Kraftwasser. Mal sehen. Wie viele? Vier? Zehn. Äh, hundert haben wir. Okay. Pfeil, Pestizid, Gegengift. Kann ich irgendwie sehen, wie viel ich habe? Äh. Umsehen. Verkauf. Okay, ich hatte noch keins. Okay. Dann hätte ich noch gerne neue Waffe. Ähm, was hat die Apfel? Wenn ich wüsste, was wir für eine Waffe haben. Umsehen. Ja. Okay. Der. Alles klar. Dann kaufen wir uns den Dolch. Habe ich jetzt auf Dolch geklickt? Oh, Moment. Oh, Mist. Sorry, sorry, sorry. Kaufen. Was? Ich weiß doch gar nicht, was ich kaufen möchte. Aha. Okay. Erst Menge angeben. Alles klar. Dankeschön. So. Haben wir denn schon Zauber? Nein, natürlich nicht. Dann ziehen wir uns halt jetzt das, den Dolch an. Ach so, Moment. Ausziehen. Dolch. Ja. Da haben wir nichts. Okay. Alles klar. Hier. Schatam liegt nördlich von Alekia. Ja, im Norden. Nördlich oder im Norden. Was denn nun? Wir verkaufen Rüstungen. Und wir haben kein Geld. Cool. Alles klar. Okay, Overworld. Alles klar. Was? Was? Hier bin ich doch gar nicht. Naja, egal. Mal mit den Leuten reden hier. Luffy hat geweint. Warst du derjenige, der sie dazu gebracht hat, Safi? Ja. Ist Luffy nicht bei dir? Ihr habt euch doch nicht gestritten, oder? Doch. Die neuesten Klamotten gibt es im Lorbenias Kaufweile. Geh doch mit Luffy mal hin. Später vielleicht. Ich wünschte, ich könnte auch Zimt-Tee machen. Aber Roman hat es nur Luffy herbeigebracht. Das ist auch eine Herausforderung, Zimt-Tee zu machen. Wie kann ich dir helfen? Leben, Fluch, Hallen, Speichern. Ey, Speichern. Cool. Alles klar. Jupp. Ha. Jupp. Weiterspielen hier. Klar. Sheran liegt hinter der Nordhöhle. Jedoch lauern dort sehr viele Monster. Okay. Nicht schlimm. Mein Mann hasst Regen. Deshalb hat er diesen Tunnel gebaut. Gehen wir nach meinem Tunnel schauen. Hey, cool. Eine Kiste. Pestizid gefunden. Und ich habe sie dir geklaut. Und was? Wie kommst du denn hier rein? Der Tunnel ist nicht für Besucher gedacht. Ja, wie kann ich dir helfen? Äh, ja. Nichts. Tschüss. Nachdem ich dir deine Sachen weggenommen habe, haue ich wieder ab. Und ich glaube, ich gehe jetzt ein wenig draußen leveln, damit ich mich hier nicht so doof anstelle. Wenn es hier überhaupt Gegner gibt. Ja, gibt es. Sehr schön. Erdeckse. Erdeckse. Wie gefährlich dieser Dinger hier aussehen. Drei. Oh Gott. Das wird ein ewiges hin und hergelaufen. Reisein. Aber ich möchte trotzdem was leveln. Schaden kann es nämlich nicht, wenn wir uns ein wenig... Moment. Wenn wir uns ein wenig stärker machen, denn dann muss ich hier nicht verkacken. Was ist das? Weiß ich noch nicht. Was? Wo bin ich? Äh, ja. Hier gehen wir ja rein, wenn ich mehr Zeit habe. Ich weiß nämlich nicht, wo wir sind. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was uns da erwartet. Deshalb lieber erst was leveln. Bei dem Giftpilz hier zum Beispiel. Drei. Okay. Alles klar. Also wie gesagt, ich werde jetzt ein wenig was leveln. Ich wollte eh ein paar Leute machen. die habe ich jetzt block warum gibt es überall so ein schleim warum und auch nicht überlebe ich das ja einst so kannst du bleiben greift doch erst den anderen an oder doof dann habe ich fünf parts gemacht ich werde ein wenig das level und ein wenig ausrüstung kaufen story täglich geht natürlich erst weiter wenn ich wieder aufnehme sagt für neuer level cool deshalb sage ich in dieser stelle tschüss und bis zum nächsten mal